Mach das Mikro an, Digga, mach das Mikrofon an, yo, aha, aha, ticke, 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 ah. So, Mikro ist an. Heute gibt es wieder einen Abonnenten der Woche und zwar ist das heute Florenz Hart. Ja, wenn ihr Abonnenten der Woche werden wollt, einfach abonnieren und dann seid ihr in der Verlosung, auf geht's im Video, bam. Schicht, was geht's? Heute gibt es wieder eine weitere Folge, ich bewerte eure Teams und dafür habe ich mir wieder ein ganz besonderes Träkort angezogen. Ihr kennt mich, von Bulgarien und zwar von Stoichkov. Stoichkov, ehemaliger Leitfußballer. Ich habe ja auch letztens ein Video gemacht, wo alle Trikots vorgestellt werden, könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen, ist in der Beschreibung der Link dazu. Bevor wir jetzt mit den Teams anfangen, habe ich noch ein kleines Gewinnspiel und zwar können wir uns jetzt hier zusammen den Trailer angucken. Ja, das ist das Spiel, was ich heute verlose an euch, das könnt ihr gewinnen. Ihr seht hier ein paar Boxer, ein paar UFC-Fighter, MMA-Fighter, also alles BJJ, keine Ahnung, alles, was da so mit reinfällt. Wenn ihr Bock drauf habt, geht auf Instagram, geht auf Instagram, folgt mir bei Instagram, liked den Post dazu und markiert zwei Freunde, keine Stars. UFC 3, ihr seht, es ist jetzt verfügbar. Ein Sendeschluss ist der 4.3. um 20 Uhr. Ich werde das dann in der Instagram-Story veröffentlichen. Wer gewonnen hat, natürlich nach 20 Uhr am 4.3. Wie gesagt, folgt mir bei Instagram, ist mein Instagram-Account. Das Spiel habe ich übrigens zur Verfügung gestellt bekommen vom EA Game Changers Network, nicht nur, dass ihr Bescheid wisst. Los geht's! Beim letzten Mal habe ich euch gefragt, das Team von Leon zu verbessern und da hat Marco Yolo geschrieben. In Form Messi und Bale verkaufen, normalen rechten Flügel Messi auf RF und Cristiano Ronaldo. Team of the Group Stage in den Sturm. Finde ich super die Verbesserung, auf geht's zum Video. Bam! Das erste Team kommt heute von FIFA Mate. Er folgt mir sehr gut. Was schreibt denn der Gute? Hashtag Schieß-Team-Schieß. Was geht? Das ist mein Team. Für den in der Mitte kommt Pirlo91 rein und ich stelle auf 4-2-3-1 um und spiele Obiang und Herrera als ZDM. Ich habe noch 81k. Danke schon mal im Voraus. Vielen Dank. Auch vielen Dank an Leo Vogel und an OGRLX, aka at Freeze of Fire. Freeze of Fire. Für uns verbessern. Komm mal zum Team. Wir haben im Tor Schmeichel in Form, dann haben wir Valencia, Ake, Van Dijk und Rose. Dann im Mittelfeld haben wir Pedro Obiang, dann haben wir Didier Ndong und dazu Herrera. Vorne im Sturm haben wir Mohamed Salah, dann haben wir Lamella, Man of the Match und dazu Mkhitaryan in Form. Das ist sein Team, liebe Freunde. Was würde ich machen? Ich würde tatsächlich die Verbesserung von Hagelfrog nehmen, die er reingepostet hat. Hier hat er eine Verbesserung gepostet und ja, die mache ich jetzt mal. Und zwar schlägt er vor, als erstes Lacazette für Lamella, Man of the Match reinzutun, dann Dembele für Obiang, als drittes Bakayoko für den guten Ndong, dann als viertes Wijnaldum für Erera und zusätzlich Koscielny für Ake, um ein bisschen Budget frei zu machen. Genau, ja. Finde ich cool, deswegen habe ich es auch genommen. Ah, okay, ich sehe gerade, er hat zwei Post gemacht, weil er noch 81k hat. Ah, okay, ja gut. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Ich glaube, den anderen Post hat ich mal das mal nicht gesehen. Ja gut, ich guck mal, was könnte man denn noch machen, so spontan? Fällt mir irgendwas auf? Du könntest vielleicht Segeler in Form statt Rose nehmen. Das wäre vielleicht noch was. Ja, pack mal noch Segeler in Form rein und auf geht zum nächsten Team. Bam. Das nächste Team kommt von Paul Egert. Er folgt mir auch. Hier eine ganz lustige Geschichte, in Anführungszeichen. Ich hatte eine Verbesserung fertig und habe dann gesehen, er ist mir gar nicht gefolgt. Also das ist mir vor der Aufnahme aufgefallen. Und das ist halt zum einen unfair für alle, die mir folgen und zum anderen ist es halt auch einfach Bedingungen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass ihr euch an die Regeln haltet und mir folgt. Warum ist das für mich so wichtig? Weil ich muss halt langfristig irgendwie auch gucken. Also ich will auf jeden Fall hier mit was erreichen, mit dem YouTube-Kanal und mit dem ganzen Drumherum. Und leider sind Follower da sehr wichtig. Da gibt es ein cooles Lied von Raff. Das heißt Nummer. Das geht so für sie bin ich nur eine Nummer. Ist halt leider so. Für viele Unternehmen und auch für YouTube und so, da ist man nur eine Nummer. Und deswegen sind diese Follower-Zahlen auch so richtig. Also wenn ihr mich supporten wollt, dann tut das sehr gerne. Also da freue ich mich natürlich. Weil sonst langfristig ist es natürlich auch schwierig, irgendwie das durchzuziehen. Auch alle, die mir schon folgen, richtig korrekt von euch. Ich will jetzt auch gar nicht zu viele Worte darüber verlieren. Deswegen kommen wir mal hier zu Paul Eger. Er schreibt Hashtag Schichtim. Und dann schreibt er hier unten nochmal, hab noch circa 50k. Ja, alles klar. Hat er auch gerade erst gepostet. Wie gesagt, den habe ich spontan ausgewählt. Komm mal zum Team. Und zwar haben wir da David De Gea. Dann haben wir in der Verteidigung Valencia bei Boateng und Alaba. Dann haben wir im Mittelfeld Vidal, Kante und Rui Costa. Vorne im Sturm haben wir Lionel Messi, dann Hernández. Und dazu linker Flügel Bailey. Leon Bailey, der Leverkusener. Der Shootingstar dieser Saison sozusagen. In echt ein krasser Spieler. Bei FIFA von den Werten ja auch gut. Aber was mich halt an ihm echt stört, er hat nur 75 beim Wert Ruhe. Den kann man leider auch nicht durch irgendeinen Chemiestyle verändern. Deswegen wäre da mein erster Vorschlag, für ihn Reus reinzutun. Und zusätzlich, zusätzlich, weil Reus ist halt ein krasser Spieler, finde ich, bei FIFA. Aber hat das Riesenproblem, dass er einfach keine Ausdauer hat. Das heißt, er muss nach 65 Minuten auswechseln. Bailey kostet so 110, 100, 110 oder sowas. Reus kostet irgendwie 30k. Und dann würde ich mir halt von dem, würde ich Bailey verkaufen. Dann hast du 100k Budget. Dann kaufe ich mir dafür Reus für 30k. Und zusätzlich noch Lozano Second Inform für 50, 60. So, das kommt auf jeden Fall hin. Und wechselst du ihn dann ein für Reus später im Verlauf des Spiels. Ist auf jeden Fall, denke ich, die bessere Variante. Weil Reus, der hat einen Ruhewert von 83. Und der, ich kann euch sagen, der haut die Bälle da vorne rein wie sonst was. Und mit Hand hat er auch 99 Space. Und Schusswerte auch überragend. Deswegen das da. Dann ein weiteres Problem bei diesem Team ist natürlich da Kante und Vidal. Also hauptsächlich Kante kommt nicht auf volle Chemie. Der hat nur zwei gelbe Links und den einen roten mit Vidal. Deswegen würde ich an der Stelle Vidal austauschen. Und zwar für Tolisso in Form. Hast du einen weiteren Bayern-Spieler da. Hast du keine Chemie-Probleme mit Alaba oder Boateng oder sonst irgendwas. Und zusätzlich hast du noch den Frankreich-Link zu Kante. Genau. Deswegen würde ich das machen. Und ja, das wäre meine Verbesserung für dieses Team. Das Team heißt Stirnbad. Scheint sehr viel Benji gehört zu haben. No-Hand-Gaming. Schönen Grüß an dich, falls du das siehst. Kommen wir zum nächsten. Das nächste Team kommt von OMRKC mit schwarzem Profilbild. Er ist Bejiktas-Fan. Was schreibt denn der Gute? Er schreibt, Hashtag Schisch-Team. Halleluja, das wäre mein Team. Vielleicht irgendwo noch eine Icon einbauen oder Spieler upgraden? Budget 250.000 ohne Erlös der Spieler. Und dann schreibt er noch, Azar, Salah sind untauschbar. Bei Salah bin ich am Zweifeln wegen 2 Sterne Fuß richtiges Problem. Ja gut, den hast du halt als, ja, kommen wir gleich zu. Ist halt untauschbar, ne? Dann noch schöne Grüße an Benni Hagelfrock und Svet Kartett FIFA. Ach, das ist ein A, okay, alles klar. Kommen wir zu seinem Team. Wir haben im Tor Handanovic. Dann haben wir in der Verteidigung Florenzi. Manolas, Raikard und dazu Roussillon. In Form, dann haben wir im Mittelfeld einen ZDM. Kante und Naingulan. Dann vorne, ich mache jetzt mal alle vier zusammen, haben wir Salah, De Bruyne, Azar. Hast du richtig ein Packlack gehabt, ne? Und zusätzlich Mertens. Der Rote Azar-Bombe, Alter. Richtig Glückwunsch an dieser Stelle, dass du den gezogen hast. Fett, fett, fett. Ja, Salah, gut, was soll ich sagen, ne? Also, klar, es ist Minus mit dem zwei Sterne schwacher Fuß, aber der war natürlich teuer. Deswegen, und du hast jetzt 250k Budget. Was würde ich machen? Ich würde Salah drin lassen. Ich würde als erstes Wilson Second in Form für Mertens reintun. Dann würde ich Firmino Second in Form für De Bruyne reinstellen. Ich finde, die sind beide einfach besser als Mertens und De Bruyne in der normalen Variante. Und zusätzlich würde ich dann Wilson mit Salah tauschen. Dann passt das nämlich auch mit der Chemie, mit dem Liverpool-Link da. Salah, würde ich sagen, muss sowohl oder übel mitspielen, solange du den hast. Außer du hast jetzt irgendwie ein Lottogewinn und ziehst in den normalen Pack nochmal Azar 91er oder sowas. Oder in eine andere krasse Karte halt, ne? SBCs sind immer so eine Sache. Für mich, ich feiere die auch nicht so, die SBCs, weil du dann so festgenagelt bist. Aber hey, das ist das Spiel dieses Jahr, ne? Das wäre auf jeden Fall meine Verbesserung. Ich denke, Salah ist trotzdem extrem stark. Und das Team ist dann auch sehr gut. Ist auch jetzt schon sehr gut. Und dann nochmal einen Ticken besser. Eine Icon würde ich jetzt nicht einbauen erstmal, weil, ja, weil es andere Baustellen gibt, denke ich mal, wo man was verbessern kann. Und eine Icon natürlich nochmal viel, viel teurer ist. Alles klar, kommen wir zum nächsten Team. Das kommt nämlich von Kerem Artis. Äh, ja, da muss man auf Tweets und Antworten gehen. Nein, genau. Er hat nämlich geschrieben, Das Ad-Shishtube muss übrigens nicht sein, ne? Also so als Info. Das ist so eine Verlinkung. Das ist jetzt keine größere Wahrscheinlichkeit, dass ihr drankommt. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich jemanden nehme, der Ad-Shishtube drin hat. Wichtig ist, Hashtag-Shishtube. Hashtag-PS4-Share muss auch nicht mal drin sein. Erstmal schöne Grüße nochmal an, ah, FIFA-Mate. Was geht? Dann noch Anton, Enrique, Ekek, wieder bester Mann. Könnt ihr nochmal die Kommentare schreiben. Ekek und Hagelfrock, bester Mann, beste Männer. Svet, Kartett, FIFA, auch korrekt, auch bester Mann. Und Davide El-Sharabi. Korrekt von euch, kommen wir zum Team. Das ist ein sehr cooles Team. Wir haben im Tor Buch von Futmiss. Dann haben wir in der Verteidigung Florenzi Rugani Futmiss. Dann Ferdinand Prime und Rose Futmiss. Im Mittelfeld haben wir Thiago SBC. Dann haben wir den guten Petit Prime. Und zusätzlich Nainggolan Futmiss. Vorne haben wir Kramaric, Kostic und Gnabry. Gnabry auch Futmiss und die anderen beiden in Form. Krasses Team, also sieht krass aus. Du hast so viele SBCs gemacht. Sieh auch auf der Bank, hast auch noch einiges. Sieht sehr cool aus, finde ich sehr geil. Aber natürlich, du bist unflexibel. Das ist immer der Nachteil bei den SBCs. Muss jeder immer für sich selber entscheiden, wie er das im Endeffekt angeht. Da die meisten hier untauschbar sind, wäre mein Vorschlag, mit 200k als erstes Batshuayi wants to watch für Gnabry reinzutun. Einfach, weil der wants to watch nicht viel teurer ist als der in Form. Und zum anderen, ja, weil Gnabry nicht auf voller Chemie ist. Deswegen würde ich das machen. Und als nächstes würde ich, da Thiago nicht auf volle Chemie kommt im aktuellen Setup, Lewandowski für Kramaric reinzutun. Ja, dat wären so meine Verbesserungen für dieses Team. Und ich würde sagen, auf geht's zum nächsten. Dat kommt nämlich von Philipp Zagel. Folgt mir auch, ja. Und, wat schreibt ne Gute? Hashtag Shish Team, habe noch ungefähr eine Million Coins übrig. Formation ist eigentlich egal. Dann Hagelfrog, Svet, Katett, FIFA und Sviatoslav, Felix und Taya. Ja, schöne Grüße an euch. Kommen wir zum Team. Also, wir haben im Tor David De Gea. Dann haben wir in der Verteidigung Valencia Bayi. Dann Chiellini und Alex Sandro. Dann haben wir Matuidi, Nainggolan und Herrera im Mittelfeld. Vorne haben wir Kylian Mbappé, Griezmann und Wissam Ben-Jeda. Team of the Group Stage. Ja, liebe Freunde, eine Million Budget. Das ist euer Job. Verbessert mir dieses Team. Einer aus den Kommentaren wird wie immer prominent im nächsten Video gefeatured. Und ich bin sehr gespannt, was ihr so zu schreiben habt. Wie gesagt, denkt ans Gewinnspiel, ne, auf Instagram. Folgt mir auf Instagram. Und, naja, wenn ihr die Trikots, wenn ihr daran interessiert seid, ne, auch in der Beschreibung verlinkt. Auch ein Instagram-Kanal von meinem Kumpel Pavel. Checkt auch das Video ab. Ist auch in der Verlinkung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Drückt auf die Glocke. Abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne. Sheesh. 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 Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. I kept everything inside. Even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard. What it meant to be a memory of a time when I tried so hard. What it meant to be a memory of a time when I tried so hard. What it meant to be a memory of a time when I tried so hard. What it meant to be a memory of a time when I tried so hard.